Ein herzliches Willkommen Tag 2 in Marbella. Das Training hat soeben begonnen und wir sind natürlich wieder dabei. Diesmal an meiner Seite mein Freund Tobi Dornbusch. Ja Tobi, was erwartet uns heute beim Training? Ja, das wissen wir gar nicht so genau, was wir sagen können. Das Training läuft schon. Wir haben mal so die Warmmachphase übersprungen und was ihr natürlich auch sofort seht, du Jäckchen, ich im Sweatshirt. Das Wetter ist nicht mehr ganz so gut, wie es gestern war. Leichte Regentropfen, das führt zu der Frage, Tobi, hast du deinen Teller nicht aufgegessen? Doch, wie man sieht schon. Aber heute Morgen hat es geregnet. Wir sind zum Frühstück gegangen und es hat geregnet. Also von daher nicht mehr ganz so toll wie gestern. Aber egal, immer die Trainingsbedingungen bleiben natürlich nach wie vor hervorragend. Hier sehen wir den Platz aus einer anderen Perspektive. Ja, unsere Drohne ist unterwegs. So schaut es nämlich aus. Und wir wollen euch mit allen Informationen versorgen vom heutigen Training. Deshalb gehen wir jetzt mal direkt auf den Platz. Genau. Und alle Informationen bedeuten natürlich auch, wie gestern. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne im Chat. Wir haben da ein Auge drauf. Versuchen möglichst viele zu beantworten. Ja, und Nobi, dann würde ich sagen, fokussieren wir uns auf den Platz. Da sehen wir nochmal diese wunderbaren Drohnenbilder. Vielleicht an der Stelle dann auch direkt mal einen Dank an unseren Hauptsponsor 1&1, dass sie diese Trainingsstreams hier möglich machen in Mabea, die dafür sorgen, dass wir euch auch in Deutschland mit Top-Bildern versorgen können. Zwei Trainingsgruppen. Genau, die Mannschaft ist aufgeteilt in zwei Gruppen. War auch beim Warmmachen schon so. Und was wir da gesehen haben, war das Comeback des Medizinballs, der da beim Warmmachen intensiv genutzt wurde. Nobby, den kennst du auch noch, oder? Ja, genau. Wir haben Felix Magath vermutet hier irgendwo in der Nähe. Aber er ist nicht da. Ist auch gut so. Das Trainerteam ist natürlich das seit spätestens gestern bekannte Edin Terzic, Sebastian Gebhardt, Nuri Sahin und Sven Bender haben auch heute vor der Einheit lange gesprochen, welche Übungen anstehen. Und dann gab es eine kleine Ansprache von Edin, so wie auch jetzt, wo die Mannschaft im Kreis versammelt wird. Da wird dann kurz erklärt, was jetzt passiert. Und dann geht's weiter. Ja, es gibt keinen freien Nachmittag in den sechs Tagen. Das haben wir gestern schon gesagt. Der Fokus wird darauf gelegt, trainieren, trainieren, trainieren. Die Leibchen werden wieder verteilt. Ah, da sehen wir die Moderatoren vom Tag. Immer wieder imposant, die Drohnenbilder. Also das ist schon erstaunlich, wie... Machen wir das eigentlich mit dem Kabel? Bei der Drohne? Nee, die ist wireless unterwegs. Was mir auffällt, ist, wird viel geredet. Also es wird viel miteinander gesprochen. Und ich glaube, dass man analytisch an die Sache drangehen möchte, will natürlich die Hinserie, also bis auf ein Spiel, natürlich vergessen machen. Aber es sucht trotzdem die Gründe, warum wahrscheinlich so schnell auch Tore wir bekommen und warum wir vielleicht das eine oder andere Tor nicht schießen. Und ich glaube, da liegt der Fokus drauf. Weil die Umschaltung in der Regel klappt schon ganz gut, aber die Gegentore. Ein Problem. An dem es zu arbeiten gilt, was ja zumindest letztes Jahr in Marbea sehr gut funktioniert hat, da hat man sich auch hier auf die Rückrunde bzw. ausstehenden Spiele vorbereitet. Denn ein Hinrundenspiel haben wir ja Samstag, nicht kommenden Samstag, da geht es gegen AZ Eikmar, sondern danach die Woche in Darmstadt noch zum Abschluss der Hinrunde. Und dann startet die Rückrunde beim 1. FC Köln. Und klar, es geht jetzt... Die übrigens seit einer halben Stunde einen neuen Trainer haben. Richtig, Timo Schulz wird neuer Trainer beim FC. Also hier nicht nur alle Informationen rund um Borussia Dortmund, sondern auch... Nee, bundesliga.de quasi. ...um den 1. FC Köln. Ja, zwei Spieler sind nicht mit dabei, bei uns Sebastian Haller und Rami Benzebaini. Die sind beim Afrika Cup, Sebastian Haller für die Elfenbeinküste, Rami für Algerien. Dafür sind aber acht teilweise junge Spieler mit dabei. Samuel Bamba ist 19, Mittelfeldspieler, kann aber auch rechtsaußen spielen. Ole Pohlmann, 22, offensives Mittelfeld von der U23. Gil Bueno, 21, Linksverteidiger. Hendry Blanc, 19, Innenverteidiger. Antonios Papatopoulos, der ist schon 24, deshalb habe ich teilweise ganz jung, Innenverteidiger. Aber der ist ja in den letzten Spielen oft mit dabei gewesen. U17-Weltmeister Paris Brunner für den Sturm ist mit dabei. Cole Campbell, 17 Jahre Sturm. Und Kjell Arjeg, Wettchen, auch zentrales Mittelfeld, die allesamt von der U19 kommen. Es sind zwar 17, Spielen der U19 sind hochgezogen. Richtig gute Jungs. Und da werden wir natürlich diese Woche auch ein bisschen Augenmerk drauflegen. Was macht der Nachwuchs? Wie kann er sich hier behaupten? Ich glaube, das ist auch für unsere Zuschauer wichtig, dass man, dass Paris Brunner ein ausgezeichneter Fußballer ist. Das brauchen wir, glaube ich, niemandem zu erzählen. Aber ob Paris Brunner problemlos direkt mit den Profis mithalten kann, das ist eine Geschichte, die sicherlich jeden interessiert. Absolut. Ich weiß auch, Cole Campbell gerade am Ball, bringt die Flanke. Aber Marcel Lotka, nee, Alex Mayer. Auf die Entfernung, schwer zu sehen hier. Ja, jetzt merkst du, dass es manchmal im Stadion nicht so einfach ist, Auswechslungen zu machen. Das glaube ich, ja. Er geht, glaube ich, auf jeden Fall um, Flanken und dann Abschlusssituationen zu kreieren. Jetzt kam ja der lange Ball. Matteo Morey, gut aufgepasst. Er geht, glaube ich, auf jeden Fall. 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 Das heißt es ja oft, dass es gerade körperlich da eine Umstellung ist. Ja. Aber dann ist es nicht schlecht, wenn du direkt gegen Papa spielst. Dann weißt du schon mal, wie das Schlimmste aussieht. Er spielt immer mit 100%igem Einsatz. Das mag ich so an ihm. Er geht, glaube ich so an ihm. Er geht, glaube ich. Genau. Er geht, glaube ich. Aber ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Wieder viele Anweisungen, wahrscheinlich für den zweiten Durchlauf. Sicherlich nicht schlecht, dass so die Spielidee von Nuri da auch mit einfließt, weil er hat eine beachtliche Erfolge mit Antaliasburg gehabt. Die Mannschaft war kontinuierlich verbessert und nach oben gebracht. Über den türkischen Fußball kann man sagen, was man will, aber schlecht ist er definitiv nicht. Das musst du erst mal machen. Deshalb glaube ich, dass vielleicht jetzt andere Ideen mal ganz gut tun. Niko Schlotterbeck kriegt das kleine Sonderlob für den Ball, den er hat. Wenn er da rausschlägt. Also kämen wir ihn. Man ja auch mitten im Geschehen nimmt sich die Abwehrspieler vor. Ja, gut, wenn sie anerkannt. Ja, richtig. Und auch Edin ist da gerade noch mal. Einen Jahresrückblick hatten wir doch jetzt wieder diese, die Fußspitze, ne? Ja, in München. Das war so geil. DFB-Pokalhalbfinale. Da haben wir Edin. Das war vor der Süle-Grätsche, ne? Ja, ja, ja. Wenn ich das richtig verfolgt habe, auch noch kein Tor gefallen, ne? Ne. Aber die Flanken kommen gut. Jetzt mal flach. Oh! Gio Reyna da mit dem Abschluss. Aber Marcel Lotka kann parieren. Jetzt bin ich mir sicher. Lotka hat nämlich, da haben wir ihn die gelbe Fliegenjacke an und Alex Meyer daneben im normalen Trainingsshirt. So kann ich sie jetzt von hier aus auseinanderhalten. Das war Bueno. Wer da abgezogen war, war wieder Gio Reyna. War wieder Gio Reyna. Pariert von Lotka und dann der Ball ins Aus von Thomas Meunier. Ich bin Gio-Fan, kann ich ja ruhig sagen. Ich weiß gar nicht, was da los war im letzten Jahr. Ja, also ist ja ein toller Fußballer. Da hat der liebe Gott mal gesagt, dem gibst du alles mit. Jetzt hoffe ich, dass er es in der zweiten Hälfte abruft. Vor allem wollen wir mal die Daumen drücken, dass er verletzungsfrei bleibt. Das ist, glaube ich, dann der Anfang und dann in den Spielrhythmus kommen. Und dass er talentiert ist, das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Das hat er ja auch oft genug bewiesen. Und wieder anhalten, sprechen, überlegen. Erklären. Ja, so ist es natürlich auch perfekt. Und was jetzt, glaube ich, auch eben schon im Durchlauf die Änderung ist, dass es erst mal das Aufbauspiel ist in der ersten Phase für die Roten Leibchen. Und dann wird umgeschaltet auf die Angriffsaktion. Das war Niklas Süle, Niko Schlotterbeck umgerannt. Das war Niklas Süle, Niko Schlotterbeck umgerannt. Das war Alex Meyer schon unterwegs, um den Ball zu parieren. Von Julian Brandt wurde aber im letzten Moment noch geblockt. Das war Alex Meyer schon unterwegs, um den Ball zu parieren. Von Julian Brandt wurde aber im letzten Moment noch geblockt. Ja, Matthias Meyer passt gut auf. Ja, Matthias Meyer passt gut auf. . Wenn der uns, Mucki, ist sowas los ist. Er kommt da auch aus einer Verletzung, wahrscheinlich wird er auch individuell herangeführt. Hatrien ging jetzt recht richtig zur Sache. Und es sind ja auch, habt ihr ja auch gestern ausführlich drüber gesprochen, auch alle verletzten und angeschlagenen Spieler mitgereist, um hier individuell zu arbeiten, aber halt auch bei der Mannschaft dabei zu sein. Das ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Ihr hört gerade Danny Fritz? Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass man ihn nicht hört, hier auf den Kieselsteinen direkt neben dem Platz. Die sind sehr geräuschintensiv, wenn man da hergeht. Otto Addo, der auch als Passgeber noch mitspielt, mit agiert. Aber auch nur den einfachen Ball raus auf dem Flügel spielt. Der einzige Spieler von Borussia Dortmund, der mit einem Kreuzbandriss ein Tor erzielt hat. Gegen? Weißt du das noch? Heißvoll. Nee, zwar im UEFA-Pokal gegen Austria Wien. Ach nee, da hatte ich überhaupt keinen Plan. Auch mal richtig genau. Nicht nur als Flankengeber agieren, sondern dann auch mal Eigeninitiative ergreifen. Einfach mal draufschießen. Gut gemacht. Ja, der graue Himmel heute über Mabea. Ja, da war gestern deutlich besseres Wetter. Ja, da hatten wir noch auf dem blauen Himmel sehen. Ich geb immer die nächste. Wetter machst du jetzt den Meteorologen? Den Meteorologen, ja genau. Vielleicht gibt's ja heute Nachmittag, also heute stehen zwei Einheiten auf dem Plan. Wir haben eine öffentliche, die ist jetzt, ihr seht ja hinten auch die Zuschauer. Naja, so richtig stimmt's nicht, ne? Bis heute. Ah, kommt vielleicht noch. Freitagmorgen gibt's nur Sonne. Und heute Nachmittag um 16.30 Uhr dann eine... Auch wieder live? Nein, 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 dann eine nicht öffentliche Einheit, wo dann vor allem es wohl um taktische Dinge gehen soll. Da bleiben dann die Türen mal geschlossen. Ansonsten versuchen wir natürlich euch immer live mitzunehmen. Wann ist der nächste Livestack? Morgen. Morgen wahrscheinlich, genau. Wieder 10.30 Uhr Trainingsbeginn. Wahrscheinlich gehen wir dann wieder so um 11 Uhr live. Wie beide? Äh, nee, ich weiß gar nicht. Ich glaub, morgen kriegst du, wenn mich nicht alles täuscht, Timo an deiner Seite. Aha. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab mal. Wann ist's. Bist du so? Wir haben nicht alle. Wie auch sagen? Ja, wir haben nicht. Wollen wir dann doch noch eine, die du, 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 wirst du, wirst du. Und also, du wirst du? Du bist, du, 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 du. Das habe ich gerade in der Regie mitbekommen. Aber wir sollen weitermachen, weil wir können es im Zweifel re-live hochladen, weil die Kameras aufzeichnen. Also wir machen einfach weiter und entschuldigen uns an der Stelle natürlich, wenn das live gerade nicht zu 100% funktioniert. Aber dann haben wir immerhin die Möglichkeit, es im Re-live zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist alles gar nicht so einfach hier aus Spanien ins Internet zu übertragen. Ich meine, da musst du schon kreativ sein. Lukas und Axel machen das seit vielen Jahren, aber ich glaube, so ganz einfach ist das auch nicht. Am Ende hast du immer die Tücken der Technik. Ja, wobei wir inzwischen wirklich sehr, sehr gut ausgestattet sind. So, gucken wir mal, wie es nach der Trinkpause weitergeht. Ob dann eine neue Übung dabei ist oder ob es nochmal so weitergeht, wie wir es eben gesehen haben. Kunstwerk. Da sehen wir nochmal den Trainingsplatz, wo auch die beiden Testspiele stattfinden werden. Samstag gegen AZ Alkmaar, 15.30 Uhr. Da haben wir dann wieder das Vergnügen, Nobby. Da ist das jetzt viermal eine halbe Stunde. Genau, viermal 30 Minuten, ja. Wird da getestet und dann am Dienstag, auch dem Abreisetag, also dem 9. ab 11 Uhr gegen Standard Lüttich. Spielen, Duschen, Essen, Horn. Genau. Und dann alle Augen auf den Samstag auf das Spiel 18.30 beim SV Darmstadt. Ja, da ist schon mächtig Druck auf dem Kessel, wenn du nach Darmstadt fährst, so ehrlich ich mir. Das wird sein, ne? Da ist dann, da wird es das erste Mal wieder ernst, ja. Ah, jetzt gibt es wieder schöne Drohnenbilder. Schade. Schade. Elin ist jetzt am erklären, was jetzt als nächstes gemacht wird. Schade. Und wenn ich es richtig mitbekomme, sind wir jetzt auch live wieder einigermaßen. Wir werden im Nachgang versuchen, die gesamte Einheit hochzuladen, also auch das, was ihr aufgrund der Verbindungsprobleme leider verpasst habt. Und jetzt freuen wir uns, dass wir hier live dabei sein können. Gibt es interessante Fragen? Bisher noch nicht so viele, aber damit hast du ja jetzt quasi nochmal den Chat animiert, Nobby, nochmal Fragen zu stellen, weil gerade war ja eher das Problem der Verbindung. Das aber so. Wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Ich sehe hier die erste, wie sieht es bei Durandville aus, fragt Judith. Der ist individuell im Zelt mit den anderen angeschlagenen Spielern, mit Felix Metscher, mit Julian Riasson, mit Karim Adeyemi. Der ist also mit vor Ort und arbeitet individuell an der Reha. Und der Peter fragt, wann ist das Testspiel am Samstag? Ja, bitte Tobi. 15.30 Uhr. So, Samstag 15.30 Uhr, so kennen wir es doch. Perfekt. Im Duett. Und es geht, das haben wir uns gerade gefragt, nochmal weiter mit der Übung, vielleicht mit der einen oder anderen Anpassung, aber an sich Trinkpause und dann nochmal neu versuchen. Ich glaube, Tobi, dass wir einfach versuchen werden, schneller zum Abschluss zu kommen oder generell zum Abschluss zu kommen. Wir haben das ja jetzt in der Hinrunde vielfach gesehen. Wir haben viel Ballbesitz, wir haben auch viel um den 16er gespielt, aber wir sind nicht vernünftig zum Abschluss gekommen. Und das müssen wir manchmal vielleicht auch erzwingen. Und ich glaube, dass da jetzt einfach Augenmerk drauf gelegt wird, dass wir halt schnell die Wechsel machen von links nach rechts und nicht mit Mondbällen und dann versuchen einfach mit Flanken scharf vor das Tor. Weil wenn du einen Stürmer wie Niklas Füllkrug hast, musst du den in irgendeiner Art und Weise auch mit Bällen füttern. Da musst du ja jeden Stürmer, also ob da glaube ich Niklas Füllkrug, ob da Mucki oder ob da Sebastian Allaire vorne drin sind. Die brauchen ja alle Bälle, um sie dann zu verwerten, oder? Also ich meine, ich kann da nicht wirklich drüber urteilen, aber du kennst es ja noch. Die Abwehr steht aber gut, ne? Ja. Und Papa auch wieder mit vollem Körpereinsatz da beim Flugkopfball. Und was auch auffällig ist, ist es ziemlich verhältnismäßig laut, würde ich sagen, oder? Also wird viel kommuniziert. So soll er sein. Oh, schöner Schuss. Von Marcel Sabitzer noch abgefälscht, von Mats Hummels. Anscheinend sind noch nicht alle technischen Probleme behoben, aber, wie hören wir immer im Fernsehen bei einer Love-Sendung, wir arbeiten dran. Tonni Mahlen. Ich glaube, wir warten auch immer noch aufs erste Tor, ne? Das ist bei all dem, was wir eben besprochen haben, dass wir konsequenter zum Abschluss kommen. In zwei Minuten haben wir eine Stunde Training. Wir haben jetzt nicht alles übertragen, aber wir haben noch kein Tor gesehen. Weil das ja jetzt auch die erste Übung ist in dieser Stunde, das muss man fairerweise ja dazu sagen, wo es überhaupt einen Torabschluss gibt. Und das auch nur für einen Teil der Mannschaft, weil die Jungs in den roten Leibchen versuchen ja genau das zu verhindern im Zusammenspiel mit den Torhütern. Wie heißt es, mit der Offensive gewinnst du Spiele und mit der Defensive Meisterschaften? Richtig. Kommt, glaube ich, vor allem aus dem amerikanischen Sport, wenn mich nicht alles täuscht. Fällt mir nur gerade so ein, als du sagst, wir schießen keine Tore. Offense wins games, defense wins championships. Jetzt wieder der Ball auf den Außen. Diesmal kein Problem für Mats Hummels zu klären. Von links, die Flanken gefallen mir nicht. Von der rechten Seite kommen schon mal gut rein. Das sind ja Ole Polmann, wer ist das andere? Rechts ist, glaube ich, hinten Semibamba, genau. Und links müsste es Gil Bueno gerade sein, dass ich das von hier aus richtig sehe. Jetzt kommt der Ball da raus auf Bamba. Und da ist Bueno auf der anderen Seite. Immer noch kein Tor. Da ist noch ein Problem auch. Wie weiß man, ist überhaupt noch nicht so schlecht Marsch aggiung in der Freude dabei? So, wir brauchen das Bamba auch groß. Denn uns, dass jetzt nicht alles betrifft, wenn ich für�noch, die es benutzen könnte und dort waren. So nicht, dafür Champions League LAs. Und nach ein paar Anweisungen geht es nochmal in eine neue Runde. Guck mal, ich glaube auch so langsam lichtet sich die Wolkendecke. Ja, eben hat es immer noch so ein bisschen gefisselt. Ja, das kennen wir ja aus dem Ruhrgebiet gut genug. Aber nichtsdestotrotz natürlich auch trotzdem Wetter, bei dem man es absolut aushalten kann auf dem Trainingsplatz, oder? Also was sind das so? 15 Grad würde ich schätzen gerade. Würde ich auch sagen. Wenn du da ein bisschen in Bewegung bist, kommst du trotzdem gut ins Schwitzen. Ah, jetzt Donny Mahl, immer noch kein Tor. Da war Alex Meyer aber auch schnell da, konnte parieren. Füllkrug findet da Reus, der lässt noch einen aussteigen, aber nicht mit Nico Schlotterbeck, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, cool. Da haben wir auch neben Edi mal kurz Julian Brandt gesehen. Da habe ich gestern, habe ich euch natürlich auch zugeguckt, Stefan und ihr, im Stream gesehen, dass da häufig gefordert wurde. Zeigt mal Julian Brandt. Da war er gerade groß im Bild eingefangen und jetzt trainiert er hier ganz normal mit. Ist wahrscheinlich gleich wieder in Action. Da ist es. Und wir waren mit der Drohne drauf und wahrscheinlich konnte es vor dem Bildschirm kaum einer sehen. Aber es ist ein Tor gefallen. Oh, die Idee war nicht schlecht. Direkt. Das war ein richtig guter Pass. Durch die Gasse. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Fehlte nur der Abnehmer in der Mitte. Paris Brunner verlagert nochmal bei No Gittens. Ein Übersteiger. Ah, und dann rutscht er ein bisschen weg. Den kannst du nicht aufhalten, das ist sensationell. Der Rasen konnte ihn jetzt in dem Fall aufhalten. Mit welcher Geschwindigkeit? Da ist der Drohnenmeister im Bild. Genau, da habt ihr kurz den Mann gesehen, der diese hervorragenden Drohnenbilder für euch einfängt. Die uns hier nochmal kurze Unterbrechungen gibt. Da haben wir Jamie nochmal. Schöne scharfe Flanke von Wedchen. Etwas zu hoch. Da ist glaube ich nur bei dem einen oder anderen über den H-Ansatz gestrichen, der Ball. Aber da hat er keine die Möglichkeit wirklich zu köpfen. Marco Reus versucht es mal direkt und der ist glaube ich auf dem Parkplatz. Ja definitiv. Einen zweiten Versuch hat er dann flach angesetzt, der hätte glaube ich gepasst, wenn da keiner dazwischen gegangen wäre. Ich bin gerade. Haha. Haha. Ja. 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 Er hat aber auch alle Varianten gespielt, von 1. Pfurster, 2. Pfursten, Schaf, 1. Schaf, 2. ist schon gut. Und Mats Hummels mit seiner Qualität im Luftzweikampf, defensiv wie auch offensiv und direkt normal. Klar, du gehst natürlich mit einem Plan in so ein Trainingslager. Du willst da am Ende, sollen Abläufe einfach passen, die vorher nicht gepasst haben. Die sollen auf dem Platz im besten Fall quasi blind funktionieren, dass jeder weiß. Die Problematik ist natürlich, bei der Anzahl der Spiele hast du die ganze Woche über wenig Zeit, so etwas zu üben. Und wenn du jetzt noch länger in der Champions League bist, wird es auch nicht weniger mit den englischen Wochen. Ja, umso wichtiger dann hier die Zeit zu nutzen. Und das erklärt dann auch, warum auch gestern schon so intensiv trainiert wurde. Und auch hier steckt ja zumindest Intensität drin. Absolut. Da sehen wir es, das wäre, glaube ich, zurückgepfiffen worden in jedem Pflichtspiel, wie Niklas Füllkrug sich da am Leibchen und Trikot von Marius Wolf zu schaffen gemacht hat. Wenn ich dann schaue, wie Niklas Füllkrug bearbeitet wird, während einem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, so einen Stürmer muss ich inzwischen auch wehren. Also was da manchmal auch erlaubt ist von den Abwehrspielern, das finde ich auch nicht richtig. Und beim Stürmer wird es immer direkt abgefiffen. Weil es wahrscheinlich auch für den Schiedsrichter ein bisschen einfacher ist, wenn er quasi gegen den Stürmer pfeift. Weil wenn er für den Stürmer pfeift, dann ist es meist ja sehr gefährliche Freistoßposition oder Elfmeter. Oh, es kommt nochmal ein neuer Satz Leibchen. Vielleicht ein Hinweis auf noch eine neue Übung gleich. Von ein bisschen Training kann man hier wirklich nicht sprechen. Da war wieder mit dem Fluchkopfball. Der kennt doch im Training keine Freunde oder Teamkollegen. Nichts. Wenn der nicht ein Leibchen anhat, dann ist er ein Gegner. Richtig, fertig. Und dann gilt es, den mit allen Mitteln zu bearbeiten. So kann man sich übrigens auch Respekt verschaffen. Ja. Das klang auf jeden Fall nach einem Unterbrechungspfiff. Kurz was trinken. Genau. Stunde zehn jetzt trainiert. Ist die Anweisung von außen? Die Jungs waren um halb relativ pünktlich draußen. Wie gesagt, dann erst mal ein Warm-up, eine Passübung. Da sind wir dann eingestiegen und jetzt diese Übung. Ja. Es scheint wieder gerade zu laufen. Ich sage, für alle Verbindungsprobleme zwischendurch bitten wir um Entschuldigung. Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran und wir versuchen dann das Re-Life hochzuladen im Anschluss. Denn wir haben ja die ganze Zeit hier die Stellung gehalten und kommentiert, Nobby. Richtig. Dahin geht einem dann nix. Ne. Ja. Ihr verpasst überhaupt nichts. Noch geht's. Noch geht's. Falls die Stimme der eine oder andere gehört hat. Hans-Joachim Watzke hat sich gerade Sorgen gemacht, ob wir hier noch genug erkennen können, wenn es da hinten auf das uns gegenüberliegende Tor geht. Aber dank der technischen Ausstattung haben wir ja hier diverse Möglichkeiten, darauf zu achten. Und es geht jetzt hier auf die rechte Seite. Ich glaube, da haben wir jetzt dann auch weniger Probleme drauf zu achten. Und wenn ich das richtig sehe, Nobby, zwei Tore. Also auch noch mehr Abschlüsse. Das ist gut. Da brauchen wir keinen Monitor. Können wir. Eins zu eins. Und da wir wieder live sind, kommen auch wieder Fragen rein. Die eine oder andere haben wir schon beantwortet, aber können wir an der Stelle nochmal. Wie viel Grad hat es heute Morgen bei euch? Ich würde sagen, heute Morgen waren es 15 Grad. Genau. Am Anfangs noch leichter Regen. Jetzt ist es, wie ihr vielleicht sehen könnt, bedeckt, aber trocken. Und beste Bedingungen. Beste Bedingungen vielleicht nicht. Das wäre vielleicht Sonnenschein. Mein App-Weather-Bro sagt, die Sonne sollte scheinen. Uwe aber auch gleich mal an. Nächste Frage ist Julian Riasson mit auf dem Platz. Nee, der trainiert noch individuell. Ist aber gut gelaunt dabei. Jedenfalls war er heute Morgen beim Essen gut gelaunt. Hast du ihn schon getroffen? Guck mal, da kann Nobby wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Und wir sehen wieder die Ansprache von Edin, der erklärt, was jetzt passiert. Ja, sind wir mal gespannt, was wir hier noch sehen. Niklas fragt, wie lange geht das Training? Also wir sind jetzt ungefähr eine Stunde 15 schon unterwegs. Scheinbar gibt es noch mindestens eine Übung. Eine Viertelstunde wird es noch geben. Genau, also anderthalb, vielleicht auch ein bisschen länger. Mittagessen, äh, 13 Uhr. Ich glaube 13.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe den Plan aber auch nicht fotografiert heute Morgen. Ich auch. Ah, guck. Das ist, das ist, wenn man mit Profis zusammenarbeitet. 13.30 Uhr. Also, ich habe den Großen ganz im Plan. Ah, und jetzt trennt sich die Gruppe auch? Jetzt trennt sich nicht die Spreu vom Weizen, sondern die Trainingsgruppen. Genau. Und ich glaube, was haben wir hier? Fünf, wenn ich das richtig sehe, gegen fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf gegen fünf hier auf dem kleinen Feld. Und die anderen, seht ihr, gehen da rüber. So, auf geht's. Jetzt gibt's wieder Tore. Wir sind allerdings gerade noch auf der anderen Seite, bildlich. Aber jetzt da Alex Meyer im Fokus. Der ist hier vor unseren Augen, wo Nobby Tore verspricht. Schauen wir mal. Da seht ihr es. Auch in der totalen. Hoch! 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 Für die, die es vielleicht nicht perfekt erkennen können in Rot, Matteo Morey, Mats Hummels, Marcel Sabitzer, Ole Pohlmann und Jamie Beino Gittens. Gegen Gelb Niklas Süle gerade am Ball, Marco Reus, Henry Blank, Julian Brandt und Emre Can. Und im Tor bei Rot Alex Meier und bei Gelb Marcel Lothar. Für mich Favorit in dem Spiel Team Gelb. Okay, dann gucken wir mal, ob Nobby da recht behält. Noch steht es 0-0, oder? Ja. Und Anweisungen, gerade genau das, was du bei der Übung davor gesagt hast, Abschlüsse suchen. Ah, hier ist schon aus. Boah, das rote Hütchen. Genau, die Begrenzung hier in der Drohne gerade hat super eingefangen. Seht ihr, dass da mit so kleinen Hütchen eine Außenlinie markiert wurde, um das Spielfeld klein zu halten. Mats mit dem Steckpass auf Jamie Beino Gittens in das lange Eck. Oh, da ist das 1-0 für die Außenseiter. Die du zu einem Außenseiter gemacht hast, der Vollständigkeit halber. Und da ist das 2-0. Matteo Morey macht den rein und zwar richtig schön. Im Chat kommt gerade die Frage auf, wo ist Gregor Kobel. Der ist jetzt gerade hier nicht beim Training, aber Nobby, also auf diesem Platz 3-0 für Rot währenddessen, Jamie Beino Gittens. Aber wir hören ihn. Jetzt wisst ihr auch, warum ich bei Alle gegen Nobby Vorletzer bin. Der arbeitet, also nochmal der Vollständigkeit halber, Gregor Kobel arbeitet auf dem Nebenplatz mit Torwarttrainer Matze Kleinsteiber und Jan Reckert individuell gerade und ist jetzt hier ins Training, das wir sehen, nicht integriert, trainiert aber trotzdem ganz normal. Thomas Zummels, 4-0. Ich meine das andere Team. Na ja, aus der Rundnummer lasse ich dich jetzt in der Partie nicht mehr rauskommen, Nobby. Ah, guck mal, Julian Brand setzt sich wunderbar durch, aber verzieht dann. Und ich glaube, das war Abpfiff in diesem Kurzspiel. Da lag Nobby dann leicht daneben mit seiner Einschätzung. Na ja, knapp war es schon. Ich wollte mich einfach festlegen. Ja, muss man ja auch mal. Und nur dann kann man gewinnen oder halt auch verlieren. So während auf der Kleinfeld-Partie, nenne ich sie mal, gerade Pause ist, ist die andere Trainingsgruppe noch dabei. Jetzt auch da der Pfiff jetzt wird getauscht. So, Nobby, jetzt soll ich mich dann vorher mal festlegen in der zweiten Partie. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wer da rüberkommt. Also in Rot, Wolf, Rehner, Schlotterbeck. Genau. Gegen die jungen Wilden, nenne ich sie mal. Meunier. Bueno, Kempel, ah nee, Kempel, Kempel und Brunner gehen wieder rüber. Das Füllkrug. Füllkrug. Jetzt, ich gehe auch, ich gehe auf Team Leibchen. Team Leibchen? Ja. Damit kannst du nichts reißen. Vielleicht aber doch. Wobei ohne Leibchen natürlich sehr gute Angreifer hat, ne? Mit Donnie Mahl, mit Niklas Füllkrug. Und Papa. Und Papa. Stimmt, der räumt hinten alles weg. Schauen wir mal. Und. Ja. 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 Und wir werden jetzt gerade noch in zwei Kontakte. Hier, Maximum. Oder nur für Außen. Auf jeden Fall Semibomber mit dem ersten Abschluss. Was war das denn? Hast du Papa gesehen? Ah, der geht ins Haus. Ah, schöner Ball auf Nico Schlotterbeck, aber konnte er nicht verarbeiten. Füllkrug. Führt eigentlich Tim Läbchen schon? Noch steht es 0 zu 0? Nein. Und Nico Schlotterbeck trifft den Ball leider nicht perfekt. Sonst hätte es da glaube ich 1-0 gestanden. Nein. Da hatte Donny gehofft, dass in der Mitte noch einer steht für den Tap-In. Ah, Thomas Müller kriegt ihn hier rein. Vielleicht hat es vorher der eine oder andere gehört, weil die Frage kam auch auf. Ist Sebastian Kehl hier? Ja, er ist hier. Sieht das Training auch an. Oh, jetzt eine gute Chance für Rot. Ja, Salih Özcan. Auch wenn Papa wieder alles gegeben hat, um noch dazwischen zu grätschen. Salih haut den Ball oben in den Knick. Wer ist im Tor von Team ohne Läbchen, fragt Walter. Das ist Marcel Lotka, der hauptsächlich bei der U23 zum Einsatz kommt, aber hier mit ins Trainingslager gereist ist. Drei Torhüter sind dabei Alex Mayer, Gregor Kobel und Marcel Lotka. Auch schön, als Semmi gerade am Ball kam, kam von Muki, der hier außen sitzt gerade, komm Bamba, kam nochmal Anfeuerung. Zeig's dem mal. Thomas Müller hat auch ein Lächeln im Gesicht, da wusste er, glaube ich, da war nicht so wirklich viel los. Jetzt hat sich Papa verletzt. Da haben wir Muki mal eingefangen mit unserem Fotografen Alex, der dafür sorgt, dass es hier immer Top-Bilder auch gibt. Und jetzt wird wieder gewechselt. Oh, Papa hat es erwischt, ey. Sollen wir hier in der Drohne nochmal das gesamte Areal einfangen. Fantastische Bilder bekommen. Ah, jetzt sieht man schön das ganze Areal. Genau, und da kann man auch sehen, dass auch auf dem Nebenplatz trainiert wird, zumindest im Torwartbereich. Das kannst du einen alten Griechen nicht umwerfen. Nee, der steht wieder. Geht jetzt wahrscheinlich wieder rüber da zu der Gruppe, die ihr jetzt im Bild seht. Das nächste Mal kriegst du einen. So, und jetzt wieder ein anderes Team. Und ein Wechsel ist bei Team Gelb dabei. Da sehe ich nämlich Kiel-Wädchen jetzt, der jetzt auch am Ball ist da und trifft und Team ohne Leibchen damit in Führung bringt. Oh, der Polmann hat fast Philipp Lauchs getroffen oder abgeschossen, der da neben dem Tor steht. Der hat ein psychisches Problem gehabt. Und Bälle zuwirft. Der war nicht gut. Hab schon bessere gehabt. Ja, falls es der eine oder andere nicht weiß, dass Philipp Lauchs mittlerweile Sportpsychologe war früher auch mal Torhüter beim BVB. Na, Niki Süle. Aufbauspiel über den Torhüter, wie von Edin angemerkt. Als Torhüter musst du auch mit dem Ball umgehen können. Das war jetzt in unserem Zeitalter nicht so. Oh, das war aber einfach mal dumpf abgezogen von... Mats Hummels. Ja. 1-1. Klasse Schuss. Ah, Emre Ciampa, Übersteiger, aber nicht mit Matteo Morey. Abgelaufen. Und der nächste Angriff startet schon wieder bei No Gittens. Brandt gewinnt da den Ball. Das war gutes Teamwork von Brandt und Brandt und Ako Reus. Na ja, Zeit, Jule war ein bisschen... Zeit ist dann relativ, glaube ich, auf dem kleinen Feld mit 5 gegen 5. Mann, komm, 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 komm! War wohl ein bisschen abseits. Ah, das war ein Fehler von Mats und da hat Emre Ciampa zugeschlagen. Na guck mal, Mats versucht es dann vorne wieder wegzumachen, trifft aber nur das Außennetz. 2-1 für Team ohne Leibchen, wenn ich es richtig mitbezählt habe, ne? Und es wird, glaube ich, nochmal verwechselt. Einmal gewechselt. Ich denke, das wird der letzte Wechsel sein. Das kann gut sein, ja. Dann werden es ziemlich genau anderthalb Stunden. Na guck mal, passend zu der Frage im Chat, ob Paris Brunner dabei ist, er hat sich gerade das rote Leibchen angezogen und ist jetzt nicht bei der Übung dabei, die ihr da seht, wo das zweite Team ist, sondern da wunderbar eingefangen. Gerade jetzt im Team mit Nico Schlotterbeck, Gio Reyna, Salih Özcan, Marius Wolf. Tor, ha ha ha. Abgefällt schon Papa. Fällt der Ball da hinten rein. Puh, der war nicht ganz ungefährlich, der Ball. Cole Kempe wird von Nico Schlotterbeck auch mal fünf Meter nach vorne geschoben im Zweikampf. Aber auf der anderen Seite setzt er sich da gegen zwei durch, beziehungsweise bleibt zumindest im Ballbesitz. Ihr merkt, dann wird es laut. 1-1. Ja. Richtig gutes Spiel. Na, Paris, das geht. Boah! Das war Donny, ne? Ich glaube, es war sogar Cole Kempe, wenn ich das richtig gesehen habe. An die Latte. Und da, Paris Brunner trifft zum 2-1 für Team Rot. Sehr guter Pass. Abseits kam da von Otto Otto, der anscheinend Linienrichter ist. Und der Treffer zählt auch nicht. Da geht die Hand hoch. Gio Reyna im Abseits. Oh, hier wollen beide gewinnen. Das ist gut. So muss das sein. So muss das sein. Das war eine kurze Irritation. Da wurde auf der anderen Gruppe abgefiffen. Ihr seht, links kommen schon die ersten der anderen Gruppe rein. Aber das Spiel auf Kleinfeld läuft noch. Und jetzt ist auch da abgefiffen. 2-1 Team Rot. So, die anderthalb Stunden sind rum. Wir haben es gestern schon angedeutet. Hier wird fleißig trainiert. Dafür sind wir hier. Emre kommt. Es scheint zu Ende zu sein. Dreht wieder um. Geht wieder Richtung Mannschaft. Trinkflaschen gibt es auf jeden Fall. Das ist ein paar Prozent. Wir können noch nichts erkennen. Ob es noch weiter geht oder ob es vielleicht nur noch eine finale Ansprache gibt. Da sehen wir, Shad geht nochmal mit Paris Brunner. Wahrscheinlich eine kleine Extra-Einheit. Das ist ja das Gute, wenn du so viele Daten erfasst, dann kannst du auch gucken, wen müssen wir vielleicht nochmal einzeln belasten. Den müssen wir nochmal ein bisschen über den Platz jagen. Und hier seht ihr, kriegt Alex Meier gerade auf jeden Fall noch ein paar Abschlüsse. Niklas Füllkrug. Jetzt nicht gesehen, aber gehört, gehalten. Und da seht ihr Paris Brunner, der jetzt noch ein paar Läufe absolviert. Und ich glaube, der Rest der Mannschaft geht Richtung Fans zum Autogrammeschneiben. Das ist dann wahrscheinlich für uns auch das Zeichen Nobby, dass wir nochmal gucken, wo unsere Kameraleute sind. Kamera ist, dass wir uns hier jetzt gleich abschieben. Da seht ihr, jetzt gibt es Fotos und Autogramme. Und komisch, dass bei Tobi und bei mir nichts los ist. Keine Fans. Danke. 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 So, ihr seht, da werden zahlreiche Wünsche, Autogrammwünsche erfüllt, Erinnerungsfotos. Nicht öffentlich. Genau. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, Tschüss zu sagen für heute, vorerst, also für heute. Wir bitten nochmal an der Stelle, die Probleme beim Stream zwischendurch zu entschuldigen. Aber, worauf wir hinweisen können, ihr könnt euch die gesamte Einheit angucken. Wir haben das alles aufgenommen, auch wenn es live vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht funktioniert hat, sind wir in der Lage, euch das auf YouTube und BVB TV im Relive dazu stellen. Nobby und ich haben die ganze Einheit kommentiert, also ihr könnt es euch da in Ruhe und dann auch hoffentlich ohne Probleme nochmal anschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, wenn nicht, behalt es für euch. Also, das war's. Das war's hier aus Mavea. Tschüss, macht's gut, bis demnächst. Morgen wieder einschalten, dann versuchen wir es nochmal live vom nächsten Training, von der nächsten öffentlichen Einheit. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020